Passt schon. Tatsächlich, jeder Flachwitz, den du hier zu viel einschreibst, hat er in Wirklichkeit so oder so schon gemacht. Grunde, dass wir es wissen. Ist so, ja. Boah, ich liebe dieses Lied. Ist so ein geiler Hausmix, aber mit Classic-Elementen. Du, Arben? Ja? Sag mal, hast du eigentlich noch genug von diesen Lichtblöcken? Mh... Glowstone. Glowstone, ja genau, danke. Kommt drauf an. Wie viel ich brauche, meinst du? Ja. Wie viel kannst du entbehren? Oder warte, ich geh nachher sowieso... Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Müsste gucken. Ich geh sowieso nachher, dann... ...ist die Sache gebongt. Das Ding ist, ich hab mir jetzt meine Rüstung verzaubert. Und ich hab mir sogar eine Liga da gemacht. Und ausgerechnet jetzt kommt der Song Ghostbusters. Toll. Du, du, du. Hui. What are you gonna call? Ghostbusters! Toll, ich hab... Toll, ich hab gar kein Level um zu verzaubern. Toll. Einfach der absolute Hammer. Ich hab neun. Bin wieder da. Sitz am Bahnhof und warte auf meinen nächsten Zug. Alles klar, Hypes, Jammo. Viel Spaß beim Warten mit guter Unterhaltung von Echo TV. Ne, warte, Abend TV mit Echo. Ne, umgekehrt. Echo mit Abend TV. Ja, was? Hey. Komm mal kurz. Kannst du mich mal kurz schlagen? Geh, schlagen? Ohne... Ohne... Ja. Also nur... So. Ouch, ich hab Schaden bekommen. Wie viel? Halbes Herz. Mach nochmal. Jetzt nicht. Nochmal? Auch nicht. Nochmal? Nein. Hä, warum? Nochmal? Nö. Oh fuck. Mach nochmal. Hä, eigentlich? Okay, komisch. Warte, setz den Setzling wieder ein. Ja. So. Danke. Aber schlag mich nochmal. Sollst du es eigentlich auch? Jetzt. Ab und zu mal funktioniert. Warte, 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 was ist wenn ich mit da... Ne. Boah, ich glänze voll bei dir. Ist so. Auch im Let's Mine Together. Okay. Ja, wegen dem Shader wahrscheinlich. Haha, nur so ist das Warten zu ertragen. Danke dir, schmeichelt mir sehr. Halt nicht gedacht, dass meine Streams so gut ankommen. Jetzt einfach nur noch hoffen, dass Flo... SM-Spiele? Ne. Ne, danke. Achso, wegen dem Hitten. Was, was, was? Achso. Weil ich auch gerade ein paar Mal gehittet habe, SM-Spiele. Stimmt. Und vorhin. Scheiße. Das Ding ist, wenn man das Video gar nicht sehen würde und einfach nur die Audio hätte, dann so, ja, Echo, schlag mich mal, Echo, schlag mich doch. Schlag mich... Das wäre ja schon ein bisschen... Ja. Nein, danke, Alter. Ich hab' auch Haltbarkeit drauf. Haltbarkeit 3. Haltbarkeit 3. Haltbarkeit 3. Haltbarkeit 3. Dann schlag mich, schlag mich. Warte, warte. Schlag mich. Schlag mich. Schlag mich. Oh mein Gott. Ich hab's angefangen. Eben, äh, wie gesagt... Ist ja gut, ich hab's verstanden, Thrun Rocks, du bist Schleimer. Hör auf jetzt. Äh, Echo, kommst mal gerade zu mir. Bin unterwegs. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Was ist das? Ja, bin da. Hi. Schau dir mal gerade hier die Steine an. LOL. WTF? Ich muss immer gerne wissen, die die in deinen Fektionen verkaufen. Ja, so. Sag mir Bescheid, wenn du es siehst. Ich schenke mir mal ein bisschen Getränk ein. Wow, sieht sogar bei dir recht nice aus. Wie hast du das denn hinbekommen? Äh, zeig ich dir. Warte, 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 warte. Ich muss mal kurz einschicken. Ein Glas einschicken. Das würde ich öfter pissen. Ich seien wir schon hier zwei, ey. So, ein Schlücke trinken. So. Ich erklär es dir mal gerade. Wenn du den, äh, 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 generell den Crafting Terminal, äh, äh, also hier das, äh, Crafting Bench. Ja. Dann gehst du einfach hin, machst 1, 2, 3 nebeneinander. Ja. Dann kommst du so'n Slap raus. Ganz sehr. Jawohl. Slap musst du dann einfach nur, so gesehen, ... ... aeinander machen. Ja, so geht er, glaub ich. Warte gucken. Der Steinziegel oder was? Sondern speziell, so ein spezielles Muster. Gemeißelter Steinziegel. Muster aufm Stein. Gemeißelter Steinziegel. Aha, okay. Äh, wie ging der nochmal? Äh, YOLO, also YOLO war ja. Thundrox ist geplant bis circa 12 Uhr, aber wenn's, ... wenn's passt dann vielleicht sogar noch, äh, länger. Ja. So, an die Leute, die gerade Minecraft sehr gerne spielen. Ja, es gibt einen ganz speziellen, äh, gemeißelten Stein. Wer weiß, wer die, wer gecraftet wird, ... kann das gerne mal gerade bei ECO mit in die Kommentare schreiben, ... weil das würde mir gerade sehr, sehr helfen. Äh, du hast es vergessen oder was? Nein, ich weiß leider nicht, wie der funktioniert. Und von wo hast du denn denn her? Äh, das ist ein Sonderblock normalerweise. Was ist das Block? Sonderblock normalerweise, aber, ich hab gehört, dass man den noch craften kann, ich weiß nicht. Mach mal zwei Schufen übereinander, ist es das? Nein, nein, den meine ich nicht. Jut, dann geh ich für so lange weiter hier bei mir bauen. Jojo, danke dir. Ich bin auf jeden Fall schon recht nice aus. Aber ich meine eigentlich, äh, dieser Block ist im Endeffekt, äh, 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 äh. Sieht schon nice aus. Du hast aber keinen Schutz von dir sein. Tante Pick, das ist ein, äh... Das sieht so aus wie ein Stern drauf. Feuerstein. Der verwandelt, äh, der verwandelt Helmy in, äh, die Weiterentwicklung. Feuerhelmchen. Flammenhelm, ne. Flammenhelm, genau. Flammenhelm. Wollte ich grad sagen. Aber... Ja, das, äh, äh, auf jeden Fall ist da so ein Ornament so auf einen Stern so gesehen. So, in Vanilla Minecraft auf jeden Fall ein Stern, äh, äh. Auch hier beim Doku-Craft ein Stern ist in diesem... Starblock. Gerne auch für Details hin zu retten. Wir haben hier grade ein Schwert kraften. Weil... Wenn du irgendwas weißt... ...wird halt suche ich mir irgendwie Sandstein und, ähm, mach mir da so ein Sandstein. Dann, 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 dann. Voll das komische Pferd, äh, Pferd. Schwert. Gott. Schwert. Dann ist ein Schwert. Ich hab, ähm... Ich hab halt bei K3. Und dann ist es die Glieder, äh, Füße. Was ist das? Gegen Spinnen, ne? Ja. Äh, hab ich auch vier. Was ich leider... Ja. Kann ich nix machen. Äh, Penderung 3. Und Verbrennung 2. Okay. Jetzt brauch ich halt einfach noch Schärfe. Schärfe hab ich zwei. Bücher hier. Hab ich noch was? Okay. Na gut. Ich kann mir sogar was craften. Nice. So. So. Ich brauch mehr Stein. Ich guck mal... ey, hier ist das auch Floider... cu... Yo. Juuu. Bald haben wir es dann, ... ist die Fläche gefüllt hier mit Erde... Ja, wir microscopen... Was... Ähh. Hä. Was? Wann? Was, was warriere? Wann? Wann? Und was, war das, schon wieder? also das hängen wann ja jemand wann die bahn hat so bahn hier dann hier wie von das ist gegen zombies und skelette also umfutter also ja okay und dann bleiben die ferne oder was in bannsiegel der inu ja schon gesehen hat weiß das ach so genital herpes btf da ist wirklich eine genital herpes ich dachte jetzt kommt sofort die geile anmoderation ja soweit gut danke dir und selber juckt zum schritt wie kann man so heißt wo ich gestreamt habe haben bestimmt irgendwie 45 follower habe ich dir das schon das ja das hast du mir schon gezeigt sogar war ich ja per team hier drauf nein ich brauche meine rüstung jetzt gleich so wenn du mir wieder zeug gibst spiel ich gerne in deinem testobjekt ja was heißt jetzt zeug aus help me die minecraft hude ich hab das rezept glaube ich zwei stone bricks labs übereinander hast du gehört help me warte nee das habe ich ihm doch schon gerade gesagt er hat gesagt dass das sind nicht die was 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 das nummer weil es gerade akkus hatte ich gerade fassertrufen wäre da bei stein slabs übereinander einfach ähm ne das funktioniert nicht habe ich schon noch probiert aber eigentlich müsste es schon gehen also kommt da gar nichts raus oder was gar nicht es müsste aber da bin ich mir ziemlich sicher hast du die slabs genommen oder hast du bruchstein oder stein genommen stein zu slabs und slabs zu äh versuch zu irgendwas zu machen aber komisch ich versuch jetzt noch mal stein slabs sondern brick slabs ach so äh du brauchst äh ding stein ziegel slabs hier ja dadurch krieg ich die äh gewißelten stein ziegel ach so ähm ja ich weiß es auch nicht enemy hast du einen eimer gerade ja den eimer den du mir vorhin gegeben hast hast du auch wasser ja kann ich das einmal hätten was kriege ich dafür sollte die antwort heißen also mit dem schatten und wen haben wir jetzt das ist der genital herpes neuer follower ist helmi ja helmi deine grauenstürme bitte ich habe auch verbrennung drauf ja als mod kannst du das du hast schon die rechte ja du brauchst die kuh ne ja ja warte hä oh du machst mir gar keinen schaden what the fuck nimm du mal das schwert nee dann sterb ich oder nee nimm mehr alter ich kann schläge schläge total ich kann nicht warte mal kurz ich kann mein schwert gar nicht her laut meinem ding habe ich gar kein schwert in der hand irgendwie naja wo ist mein schwert was alter es ist gerade aus meinem inventar gebracht ehrlich jetzt riecht es da irgendwo warte kurz i'm going in it nee ernsthaft alles ab